Hier sehen Sie, wie man die Outdoor Full-HD-PTZ-Kamera eine programmierte Tour automatisch abfahren lässt. Dazu speichert man zuerst beliebig viele Presets. Das bedeutet, man fährt den Punkt, der überwacht werden soll, an und speichert mit Z den entsprechenden Preset. Untertitelung des ZDF, 2020 Nachdem Sie beliebig viele Presets in die Kamera eingespeichert haben, rufen Sie die Tour über das Preset 35 auf, indem Sie es per Call laden. Nun fährt die Kamera die voreingestellten Wegpunkte automatisch nacheinander ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.